Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Kühl-Gefrier-Kombinationen. Der Qualitätssieger in unserem Kühl-Gefrier-Kombination-Test geht an den Bosch KGE 39 AICA. Das VitaFresh frische System hält ihre Lebensmittel dank zwei separater Luftfeuchtigkeitszonen deutlich länger frisch. Die trockene VitaFresh Zone eignet sich ideal zur Lagerung von Wurst, Käse, Fleisch und Fisch. Häufiges Abtauen kostet sie nicht nur viel Zeit, sondern auch Energie. Das innovative Low-Frost-System hingegen vermindert die Eisbildung in der Kühl-Gefrier-Kombination erheblich, sodass ein Abtauen deutlich seltener notwendig ist. Sie wünschen sich einen Kühlschrank, der auch bei voller Beladung optimal ausgeleuchtet ist. Die LED-Beleuchtung dieser Kühl-Gefrier-Kombinationen ist die Lösung. Die praktischen Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen oder in das Kühlgerät einräumen. Eine freistehende Kühl-Gefrier-Kombination bietet ihnen maximale Flexibilität bei der Küchengestaltung. Kühl- und Gefriergeräte verfügen standardmäßig über eine Breite von 60 cm. Die Höhe ist nicht genormt und entscheidet daher über das tatsächliche Fassungsvermögen des Geräts. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Samsung RB29 HER2 CSA. Entdecken Sie einen Kühl-Gefrier-Kombination, der Ihnen dank optimaler Raumnutzung noch mehr Platz und Komfort für Ihre Vorräte bietet. Die Total-No-Frost-Technologie verhindert die Entstehung von Eis und sorgt für eine gleichmäßige Temperatur in jeder Ecke. Der Zugriff auf bestimmte Lebensmittel im Kühlschrank erfordert es oft, zuerst andere herauszunehmen, damit der Weg frei wird. Mit der Easy-Slide-Ablage entfällt dieser Aufwand, denn sie lässt sich einfach herausziehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressoren, die einfach nur ein- und ausgeschaltet werden, hat der Digital-Inverter-Kompressor von Samsung 7 einstellbare Geschwindigkeiten passend zu unterschiedlichen Kühlanforderungen. Lagern Sie in der Cool-Select-Zone alle Ihre Lebensmittel bei optimaler Temperatur. Zwei Einstellungen bieten ultimative Bequemlichkeit und Flexibilität. Die Full-Open-Box hat eine größere Öffnung als herkömmliche Gefrierschubladen. Dadurch ist es einfacher, selbstsperrige Lebensmittel zu organisieren und zu entnehmen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kühl-Gefrier-Kombination-Test ist der Gorenje N619EA W4. Die Gorenje Kühl- und Gefriergeräte wurden als perfekter Partner für einen modernen, aktiven Lebensstil entwickelt. Die Geräte sind nicht nur äußerst energieeffizient, sondern verfügen zusätzlich über zahlreiche innovative Lösungen. Diese sorgen für ein optimales Mikroklima, damit frische, schmackhafte und gesunde Lebensmittel jederzeit verfügbar sind. Fast Fries vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, dass sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Das geräumige Crisp-Zone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. No Frost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.